Toni Schumacher, Manjarin und der letzte Pass, Bebeto, 4 zu 0. Wird sie ausgespielt wie Statisten, Markus Babbelon, Thomas Helmer, kommt auch nicht mehr heran. 52. Minute, neuer Spielstand, 4 zu 0. Der Torschütze wieder einmal, nochmal abgefälscht dieser Ball und er spielt Thomas Helmer 2 gegen 1, sieht natürlich schlecht dabei aus. Von Hammann, der nicht richtig zur Sache geht, Manjarin. Dann biegelt es ein und dann der Blick zum Mitspieler, Bebeto, zum 4 zu 0, nach 52 Minuten.